Hallo meine Freunde, was geht ab? Und damit begrüße ich euch offiziell zum ersten COD Cold War Video auf diesem Kanal. Klar gab es schon ein paar Videos zur Alpha und zur Beta, eventuell ein paar Informationsvideos, aber das offizielle Release-Datum des Spiels ist nun mal heute. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben sollten, in Zukunft wird es hier auf diesem Kanal sehr viel weiteren COD-Content geben, der sowohl Warzone, aber auch natürlich Cold War betreffen wird. Ich versuche da keines der beiden Spiele irgendwie zu vernachlässigen, deshalb seid gespannt auf die neuen Videos, die demnächst erscheinen werden. Um da nichts zu verpassen, lasst mir doch gerne ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ansonsten könnt ihr gerne noch die Glocke aktivieren, um bei jedem neuen Video eine kurze Benachrichtigung zu erhalten. In diesem Video soll es darum gehen, wie du am schnellsten in COD Cold War levelst. Vor allem werden wir uns die ersten 55 Ränge in den Fokus nehmen, bei dem das Motto gilt, diese schnellstmöglich durchzuspielen. Wie ich es bereits in meinem Prestige-Video erklärt habe, gibt es 55 Ränge, die man nur einmal in seiner Cold War Karriere spielen muss. In diesem Levelbereich schaltet man dann unterschiedliche Perks und Waffen frei. Hast du diese 55 Level durchgespielt, bist du beim Prestige-System angekommen. Dabei handelt es sich aber nicht um das damalige Prestige, wo man jedes Mal seine Sachen neu freispielen musste. Kurz gesagt bedeutet es, hast du einmal die Ränge 1 bis 55 gespielt und alles Erdenkliche freigeschaltet, musst du es nicht nochmal machen, auch wenn du im Prestige-System immer weiter nach oben steigst. Weiterhin bleibt die Frage im Raum, wie levelt man am schnellsten? Das schauen wir uns jetzt an. Dafür beginnen wir zunächst einmal mit den unterschiedlichen Modi, die dafür am besten geeignet sind. Wie ihr hier schon im Hintergrund seht, gibt es da diverse zur Auswahl. Um am schnellsten zu leveln, kann ich euch ans Herz legen, zunächst einmal euch zum Beispiel in Team Deathmatch warm zu spielen. Anschließend macht ihr mit unterschiedlichen Modi weiter, wie beispielsweise Search & Destroy, Herrschaft oder Kontrolle. Dabei handelt es sich um Modi, die entweder eine Fahne beinhalten, also eine Flagge, die man einnehmen kann, oder ein anderes Objekt, das je nach Modus angegriffen, zerstört oder übernommen werden muss. Orientiert euch also an Spielmodi, die immer Objekte beinhalten, die eingenommen werden müssen. Und das aus dem simpelen Grund, weil es am meisten XP gibt. Nimmst du eine Flagge ein, verteidigst du eine Flagge oder schaffst es bei Search & Destroy deine Bombe zu platzieren und machst zusätzlich noch einige Kills, gibt das beim Leveln sehr viele Boni, die sich definitiv lohnen und mehr XP bringen, als wenn du schlichtweg Gegner tötest. Ich persönlich spiele am liebsten Herrschaft oder Kontrolle, was auch natürlich jedem selbst überlassen ist, welchen Modus er unbedingt zum Level nutzen möchte. Wollt ihr das Ganze aber relativ schnell angehen, seid ihr mit den von mir genannten Modi relativ gut aufgehoben. Außerdem darf man nicht vergessen, dass es den Modus verbundene Waffen-Moshpit gibt, in dem man auf größeren Karten spielt, mit mehr Leuten und entsprechend auch mehr Chancen hat, Gegner zu töten oder Flaggen einzunehmen. Was neu mit COD Cold War dazugekommen ist, ist der Modus Fireteam Dirty Bomb, oder auf Deutsch schmutzige Bombe. In diesem Modus werdet ihr auf eine Warzone-ähnliche Karte abgesetzt, bei der ihr auf der ganzen Karte versucht, Uran zu sammeln. Dieses Uran kann an bestimmten Knotenpunkten abgegeben werden und sorgt dafür, dass die verschiedenen Bomben hochgehen. Auch hier ist es möglich, sehr schnell EXP zu sammeln, da man vor allem passiv relativ viel an Erfahrung dazu gewinnt. Sammelt man Uran auf, öffnet man Kisten oder man tötet Gegner. Das alles sind unterschiedliche EXP-Quellen, die man in dem Modus bekommen kann. Zusätzlich gehen die Runden noch etwas länger, sodass man nicht das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit in der Lobby sitzt und mehr am Warten ist, als dass man tatsächlich spielt. Kommen wir zum nächsten Tipp. Und der lautet, bleibt unbedingt in den Runden, bis sie auch wirklich vorbei sind. Gerade weil das Spiel frisch rausgekommen ist, man noch nicht alles gesehen hat und sich schnellstmöglich durch alle Modi und Karten klicken möchte, passiert es relativ oft, dass man die Runden vorher abbricht oder einfach mal die Runden verlässt, wenn man eine schlechte KD hat. Gewöhnt euch das zum Leveln unbedingt ab, denn gerade zum Ende der Runde gibt es nochmal einen Zuschlag an EXP, die man bekommt, nur weil man die Runde zu Ende gespielt hat. Diesen EXP-Bonus gibt es nicht, wenn ihr vorher aus dem Spiel herausgeht. Auch wenn ihr aus irgendwelchen Gründen in ein Match gepackt werdet, das in wenigen Sekunden vorbei ist, geht nicht automatisch raus, nehmt die EXP noch mit und sucht erst anschließend die nächste Runde. Eine weitere Möglichkeit, ziemlich schnell viel EXP zu sammeln, ist es, aktiv auf Medaillen zu gehen. Denn jede einzelne Medaille ist mit einem EXP-Zuschlag verbunden, die in Summe sehr gut den Rang nach vorne bringen. Gehe ich im In-Game-Menü Einreiter weiter, sehen wir die einzelnen Punkteserien. Auch die Punkteserien geben gut EXP, wobei man sagen muss, dass die eben besprochenen Medaillen in Summe ein mehr bringen, als die einzelnen Punkteserien. Weiter geht's mit dem nächsten Tipp und der heißt Kill-Sweak-Bonus. Wie es der Name schon sagt, müsst ihr unbedingt versuchen, in den einzelnen Multiplayer-Runden immer auf einer Kill-Sweak zu sein, um diesen Bonus zu erhalten. Umso mehr Gegner ihr am Stück tötet, ohne selber getötet zu werden, desto höher fällt euer Kill-Sweak-Bonus aus. Das bedeutet, hast du gerade 4 oder 5 Leute am Stück gekillt, ist der Bonus geringer, als wenn du schon 20 oder 25 am Stück gekillt hast. Je höher deine einzelne Serie ist, desto mehr Boni bekommst du pro Abschuss. Mir ist natürlich bewusst, dass jeder versucht, möglichst lange und konstant auf einer Kill-Serie zu sein. Macht es euch deswegen immer wieder bewusst, dass ihr gerade auf Serie seid und sammelt die Bonus-XP. Gerade wenn man schon einige Leute am Stück weggeholt hat, tendiert man ja oft dazu, noch mehr Gegner zu pushen und noch offensiver zu spielen, als man es vorher schon getan hat. Schaltet deswegen lieber einen Gang zurück, versucht einfache Kills abzustauben und die Bonus-XP sicher mitzunehmen. Eine weitere und damit auch die letzte Sache, die ich euch noch empfehlen kann, ist es, unterschiedliche Herausforderungen zu erfüllen. In Cold War gibt es so viele Challenges, die erledigt werden können und die als Nebenprodukt noch sehr viel XP bringen. Sucht euch gezielt bestimmte Herausforderungen aus, versucht diese in unterschiedlichen Runden zu erledigen, egal ob es sich dabei um Tarnungen handelt oder die hier eingeblendeten Mehrspieler-Herausforderungen. Schaut zwischen den Runden immer nochmal hin, was eigentlich erledigt werden muss, wie viel noch fehlt oder welche Herausforderung als nächstes angegangen werden kann. Habt ihr das mal immer wieder im Blick, könnt ihr noch zusätzliche XP mitnehmen, die sonst auf der Strecke bleiben würden. Damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich würde euch bitten, gerne Kommentare da zu lassen, falls ihr noch andere Möglichkeiten kennt, relativ schnell zu leveln oder ein paar Verbesserungsideen habt, die anderen Spielern weiterhelfen würden. Das war's von meiner Seite, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und anschließend sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.